Liebe Sportler, liebe Gäste, Freunde des Hauses, herzlich willkommen zurück im Go-In und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Ein altes, turbulentes Jahr geht zu Ende und wir freuen uns mit Zuversicht und natürlich sportlicher Begeisterung in dieses neue Jahr zu starten. Und um eure Ziele zu erreichen, was gibt es Schöneres als neue Trainingsmethoden, neue Trainingsgeräte, mit denen wir dieses Jahr aufwarten können. Und das sind genau diese, die wir euch heute gerne zeigen möchten. Kommt einfach mit, ich zeige euch, was es interessant ist mit diesen auf sich hat. Und da sind wir nun im Herzstück unseres neuen E-Gym Kraft-Ausdauer-Zirkels. Ein vollautomatisiertes und sehr, sehr sicheres Training. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, ja Zirkeltraining gibt es doch schon im Go-In. Ja, aber dieses ist natürlich Training der neuen Generation. Wie wird hier trainiert? Mittels eines Armbandes. Auf diesem Armband sind all deine Daten gespeichert und nicht nur das, es sind auch deine Geräteeinstellungen drauf gespeichert. Das heißt, lästiges Einstellen der Geräte fällt ab heute einfach weg. Was passiert? Sobald du mit deinem Armband an die Maschine rangehst, stellt sich die Maschine automatisch auf deine Körperachsen drauf ein. Und du kannst definitiv für sicher sein, dass es deine korrekte Position während des Trainings ist. Bestimmt jeder wurde schon mal von einem Trainer angehalten, die Geschwindigkeit bei der Übung zu überprüfen, beziehungsweise einfach langsamer zu trainieren. Dieses kann dir an unseren E-Gym Geräten definitiv nicht mehr passieren. Unser Geschwindigkeitssensor eingebaut in den Maschinen gibt dir genau die Geschwindigkeit vor, mit der du trainieren sollst. Also auch hier ein sicheres Training ist die Garantie. Und selbst unser Norbert schafft es, die Geschwindigkeit zu halten. Nie wieder mit zu wenig oder zu viel Gewicht trainieren. Anhand einer Krafttestung an jedem Gerät bestimmt die Maschine automatisch dein optimales Trainingsgewicht. Das beugt natürlich auch Stagnation vor, denn aller sechs Trainingseinheiten werden deine Krafttestung wiederholt. Nicht nur die Harten kommen in den Garten, denn auch ein gesunder Sportler ist ein beweglicher Sportler. Und dafür haben wir unsere Flexgeräte. Mit diesen sind funktionelle Bewegungsmuster und vor allen Dingen Dehnübungen ein leichtes. Und das Schöne an diesen Geräten ist vor allen Dingen, man kann nicht ausweichen, was ja recht oft bei Dehnpositionen passiert. Nun freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und bis ganz bald. Ich hoffe, dass Ihnen die Präsentation unserer neuen Kraftgeräte mit dem Trainer Steve gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, dass wir gleichzeitig bei Ihnen Ihre Neugier gewecken konnten. Liebe Mitglieder, Reha-Sportler und Gäste des Hauses, Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2021 viel Gesundheit, Kraft, Optimismus sowie Glück. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen. Ein herzliches Dankeschön an allen, die in dieser schweren Zeit zu uns stehen. Ihr Norbert Rassel Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2021 viel Gesundheit und Gäste des Hauses und Gäste des Hauses und Gäste des Hauses und Gäste des Hauses.